Mein Lied Warten im Advent war ja ursprünglich nur ein Klatschvers mit ein paar Gebärden, aber man kann ihn nun auch als Lied mit vier Akkorden auf der Gitarre oder zum Beispiel auf Tischglocken begleiten. Und das einfache Schema, das für das ganze Lied gilt, ist Innen, Innen, Außen, Außen, geht los. Warten Montag, Warten Dienstag, Warten Mittwoch, Warten Donnerstag, Warten Freitag, Warten Samstag, schau die erste Kerze brennt, zisch, pfff, leuchten Lichter weit und breit, dann ist endlich Weihnachtszeit. Klopft es laut an unsere Tür, weiß ich, er ist hier, bei klopft es laut an unsere Tür. Wir können natürlich auch einige Kinder stampfen oder auf der Trommel spielen, mit Klanghörgelzern dazu schlagen, ja und schau die erste Kerze brennt, zisch, pfff, kann man danach so schön, also auf dem Glockenspiel ein kleines Glissando machen, auf der Triangel spielen oder mit Zimmeln oder ein kleines Glöckchen. Also man kann dieses Lied noch ein bisschen weiter gestalten. Ja, vielleicht macht dir das Spaß. Ich habe wieder so viele Tausende Ideen, aber ich höre jetzt auf. Danke.